ja hallo und herzlich willkommen bei der nächsten aufnahme von star wars the force unleashed wir sind stehen geblieben bei eng so ein roboter viech ja die aufnahmen hat es mal wieder zerrisse wir werden aber jetzt mal wieder weitermachen ja die fiche kennen wir ja die tut uns die macht aussaugen was ich nicht so toll finde und ja jetzt ich habe meine anderen let's plays mal angeguckt meinen anderen was jetzt hier los meine folgen geguckt und ich habe nicht gehört dass der eine verwandlungsdroide gesagt hat dass die diese roboter hier wo ich gerade kämpf von der macht gesteuert werden ich habe immer nachgefragt hält vor wem was aber egal jetzt weiß ich es ja so mal wieder muss ich doch hoch immer hoch irgendwie muss man bei diesem spiel immer hoch hoch und schnetzeln mehr nicht ja der kann ich mal ignorieren den schnitzel ich noch weg so dem mit strom vollpumpen blitze was weiß ich macht blitze so und dann noch die fertig schnetzeln jetzt kommt es auch oder wie ich und hier sind wir ja wirklich blöd gestorben wir also glaube ich bin in der luft gewesen war gerade in einem sprung ja genauso wie hier jetzt bei der jahre untergefallen und dann kam diese cutscene der roboter sich aufbaut er auf mir die energie zu saugen nur nicht schon wieder und und wir sind einfach runter gepurzelt also das war ziemlich scheiße so wie besiegen wir denn jetzt alter wie viel schaden macht er jetzt mal packen und in das war schlecht da oben gibt es irgendwie so schaden gesteigert und da habe ich irgendwas gesehen er ist nichts drin also ich bin wieder am verrecken das darf doch nicht wahr sein komm zack trefft doch mal jetzt ist auch noch nein nicht dort oben alter fuck verdammte scheiße weg 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 bäms komm nochmal bäms nein so und zack nein alle irgendwie voll verglitscht ist da noch irgendwas was ich auf mich werfen kann nein ah doch da oben ist eine kugel wieso bin ich jetzt gestorben alter ich fehl mal wieder ich fehl mal wieder und das ganze wieder von vorne ja ja euch ignorieren wir mal gekonnt ja das kennen wir schon kann man das nicht überspringen nein kann man nicht kann man das so überspringen nein können wir nicht ja das ist ja toll dass da so sache durch die luft fliegen und so rüber weiter weiter hei hei blitz 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 ich weiß auch jetzt nicht was da jetzt da irgendwie sein soll geht er das jetzt kaputt oder was oder kann ich das irgendwie heben oder keine ahnung och gott ich bin wieder im sprung und die cutscene oh nee 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 das ist schlecht glaube wir fallen wieder runter weiter nein 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 oh ist das ein rotz verdammte scheiße man oh god noch einmal wieder von vorne wenn das wieder passiert dann schneide ich ja ja toll 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 so ich darf also muss uns müssen uns das merke ich darf nicht springen bevor das Viech kommt ich darf eigentlich gar nichts machen blitz 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 und dann wird das irgendwie geschmolzen oder so keine ahnung ich check's irgendwie nicht jetzt muss ich einfach nur zurück jo jetzt sammeln sich bei mir die gegner Prozent nicht gut schlitz schlitz so ein bisschen blitzen nein alter so schnell rüber wow ich wäre beinahe wieder verreckt und alter wasser das ich bin irgendwie viel zu unvorsichtig das kann man mit blitzen machen oder was was ist das jetzt was ist das weg 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 die kleinen Viecher nerven hier voll ich nehm den mal und schmeiß den einfach auf den drauf boah das macht ja fast gar keinen schaden macht immer noch gar keinen schaden wach weg sonst haut er auf uns drauf da drauf blitzen oder was okay tatsächlich das hilft oder was ich nehm den nein 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 weg ah fuu kompaktes pack das pack da nein alter die steuerung ist ja sowas von behindert sowieso blitzen kann man auf dich draufhauen ja man kann auf dich draufhauen aber nur weg 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 ich will da oben wieder rumblitzen nach der halle aufruf die boerzeit kommen wir haben einfach drauf oder macht uns einen haufen schaden das macht er jetzt wieder hier oh gott wir haben ja noch diesen da oben da oben hoch 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 für schaden steigerungs dingens rumblitzen und jetzt x quicktime event y x okay und wir sind aufgestiegen hat er ist ja aber jetzt gerade jämmerlich gestorben gut jetzt gucken wir mal was da so gibt macht upgrades macht kräfte haben wir zwei punkte wir können nichts aufleveln macht kombos haben wir gerade zwei punkte dann können wir ziemlich viele sachen holen lichtschwert schlag ein schlag auf den boden der dann gegner und alle in der nähe in die luft wirft hört sich jetzt nicht so toll an sprint schock löst an der welle von macht blitzen aus die alle gegner ne das ist so ähnlich wie ein sprint stoß oder so und das ist nicht so toll sif hieb ein lichtschwert angriff mit blitzen der mit einem aufwärts schwung endet auch nicht so toll sif wurf bei diesem parkmanöver wird die gegner in die luft geworfen das ist alles so naja sif 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 schwertwirbel der schwertwirbel variante gehört zu den schwierigsten formen des lichtschwertkampfes erlaubt ihr bei einem einzigen angriff mehrere treffer zu erzielen also x pause x pause x pause x hört sich einfach an nehmen wir macht kräfte war man schon und macht talente da können wir bestimmt nichts kaufen für einen punkt ah doch ah natürlich kann man da was kaufen abwehrbeherrschung das hört sich gut an das hört sich ziemlich gut an das machen wir so jetzt sind wir ein bisschen mehr von angriffen geschützt und weiter geht's jetzt will ich nur kurz den angriff ausprobieren x pause x pause x pause x ah ja das ist so gewirble als angriff ja okay ja war das jetzt aber richtig nochmal x x x x x ja denk mal was muss ich da jetzt machen hm auch mal blitze ne das kann man auch nicht nehmen nein 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 boah ich hab einer wieder runtergefallen ähm ich muss da hoch aber wie komm ich denn da hoch nein nein boah alter ich hab gedacht das könnte ich wieder aus von vorn anfangen äh äh ich speicher hier mal kurz weil äh äh ich mich graust schon wenn ich da sterb und was versuchen und natürlich funktioniert das nicht und wie ich grad so im feuer stand und nicht gestorben bin äh gut dann gehen wir mal rüber mal wieder so ne folge wo ich irgendwie total verpeilt bin kann man da auch rein nö äh äh ich geh mal jetzt geh mal da hoch ja und jetzt ah jetzt kann man das von hier nehmen oder was na jo klar na jo klar und jetzt haben wir einen weg der weg der von damen ist genau der wurde der weg der weg oh man äh äh ich sterb ja gleich wieder nein ok da kommen schon wieder die viecher ah das ist ein neues viech tschüss so und dich machen wir auch so tschüss zack da hat es ihn zerrissen äh was war das ich hab noch so einen grünen Dings gesehen ok äh also zum 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 äh kamera schlecht so stirb stirb blitz blitz also wie war das eine packen und so auf nein 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 alter ist das wieder ein rotz alter ist das wieder ein rotz ich sag ja die welt mag ich nicht und jetzt bin ich wieder hier oder was nee 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 wenn ich jetzt weitergehen und die Katzchen kommt nochmal dann nein 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 äh laden laden kann man da irgendwie laden oh nee oh nee oder ist das ein rotz datenbank toll uuuhh nein nein das wollen wir nicht angucken oh man oh yeah nun gut ich denke ich ich mach hier äh ein schnitt ich frag mich aber jetzt für was ist die spiel speichern funktion in diesem spiel da das macht sowas von keinen sinn naja ok also dann mach ich hier einen schnitt ok äh ja jetzt versuchen wir mal nicht zu fehlen äh du au du schnitt boah ist das zum kotzen boah ist das zum kotzen boah ist das zum kotzen so spiele hasse ich ja so wenn das wieder passiert dann äh höre ich auch höre ich auch für heute also ich hab keinen bock mehr jetzt alter hab gedacht komm nehmen wir mal eine folge wieder auf ne alles nur scheiße boah die sicht ist auch beheb nein uah 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 alter zwei millimeter weiter und ich wär wieder tot es stand speicher na was bringt hier speichern gar nichts und dann stirbst du und dann komm ich wieder mal anfangen was soll der rotz ist doch wahr bock mehr wirklich wahr bock mehr wirklich wahr oh gottes rumgefacht ach ich will mich ja gar nicht aufregen ach gott zum 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 zack kurz stehe ich ich hab gesagt kurz stehe ich jetzt fliegt er nicht weg wehe einer von den beiden schubt mich runter ja 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 alter ist ja gut so der ist tot der ist tot äh hier geht's glaub ich nicht weiter ne ich muss da rüber wieder äh alles kann man greifen und wieder zurückbiegen biege 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 äh mach ich das grad zu weit ach so ja ok stopp so jetzt bin ich mal gespannt wie ich da rüber komme ok das hat noch so gut funktioniert dass ich bei einer vor freude platzen könnte jetzt nochmal andere seite rüber nein nein ne das langt mir jetzt ich hör auf ne kein bock mehr also das spiel kann mich mal wirklich wahr jetzt wo landen wir wieder ah gut gott sei dank landen wir wenigstens hier ach gott na gut also also danke dass ihr mein tausch spiel zugeguckt habt und bis später tschö